Hallo zusammen, grüße euch. Ich bin der Markus und es gibt in diesem Video wieder zwei Stellplatz-Empfehlungen für Norwegen, für all diejenigen von euch, die mit Auto und Dachzelt unterwegs sind oder mit einem Bulli oder einem Camper oder was auch immer ihr da so zur Verfügung habt. Und ich bin ja fast ein bisschen neidisch, ein Kumpel hat sich jetzt tatsächlich einen Camping-Bulli, also einen mit Aufstelldach und so gekauft. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat mich eigentlich auch so ein bisschen angefixt in Sachen Norwegen. Die waren, glaube ich, vor drei Jahren da, also er mit Frau und zwei Kindern. Und damals hatten sie halt noch für die Reise einen gemietet, was auch unfassbar teuer war. Und jetzt, ich glaube, es gab eine kleine Erbschaft, da hat er zugeschlagen und hat sich einen besorgt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, wir beginnen wieder mit dem etwas weniger idyllischen Platz, wie auch letzte Woche. Der liegt hier. Also, wir sind wieder zwischen Bergen und Orlesund. In der Nähe von Maloy, würde der Deutsche sagen. In Wahrheit wird der Ort ausgesprochen. Molay, wenn ich das jetzt im Moment... Molay. Molay. So, falls ihr das nicht kennt, forwo.com war hier den Link. Eine tolle Seite, Ausspracheseite. Da könnt ihr auch selbst mitmachen. Also, wenn ihr vielleicht in einem Ort wohnt, der immer falsch ausgesprochen wird. Sowas soll es ja geben, weil falsch betont auf der falschen Silbe oder was weiß ich. Oder der fängt mit V an und die Leute sagen, es ist ein W, sprechen dieses V als W aus und was es nicht alles gibt. Also, ihr könnt selbst quasi die Dinge, die ihr wisst, aufzeichnen und eben auf diese riesen Datenbank zurückgreifen. Also, ich bin so vor drei Jahren auf die Seite gestoßen und damals war noch sehr wenig da los. Mittlerweile sind echt extrem viele Orte und extrem viele Sprachen und Wörter eben einfach in dieser Aussprache Datenbank drin. Kleiner Tipp am Rande. So, dieses Molay ist ein kleiner Ort, 6.000 Einwohner, gehört oder ist Hafenstadt auf der Hurtigroute. Und es gibt eine ganz besondere Brücke. Wenn der Wind pfeift, das ist die Molay-Brücke, wenn der Wind pfeift, pfeift die Brücke zurück und zwar mit einem hohen C. Und als wir da waren, hat sie nicht gepfiffen, aber der Wind muss eben aus der richtigen Richtung kommen. Und es gibt ein sehenswertes Fischerei-Museum. Auch da waren wir leider nicht drin, aber mit Fischen haben wir uns trotzdem beschäftigt. Also, naja, mit Angeln. Das hat gut geklappt an der Stelle, wo der Platz liegt. Wir können ja vielleicht eben mal das Satellitenbild zeigen. Also, das liegt dort direkt am Wasser. Sind dann wieder so ein paar aufgeschüttete Felsbrocken, wo ihr dann so zum Wasser runter hintapsen könnt und dort die Angel reinhalten. Und das war wirklich, wirklich lecker. Also, dass man mit so wenig Zutaten ein so extrem unvergessliches Essen zaubern kann. Also, ihr braucht quasi diesen frischen Fisch, ein bisschen Mehl, ein bisschen Butter und etwas Salz. Und dann ist eigentlich alles in Butter in dem Fall tatsächlich. Also, den Fisch ein bisschen mehlieren und in der Pfanne von beiden Seiten knusprig die Haut. Und, oh, ein Gedicht. Also, ein Traum. Genau. Den Platz haben wir, ich habe diese Geschichte schon mal irgendwo in die Kommentare reingeschrieben. Das ist dieser Platz. Den haben wir an dem Abend, bevor wir die Nacht dort verbracht haben, bei Park4Night eingestellt. Und dann kam irgendwie eine Stunde später der Erste, der diesen Platz in der App gesehen, gefunden hat und hat sich da mit zugestellt. Was jetzt nicht weiter schlimm ist. Ich bin trotzdem nur so bedingt ein Freund dieser Park4Night-App, weil es einfach schöner ist, selber Plätze zu finden. Also, die Suche ist manchmal ein bisschen nervenaufreibend. Ich habe das ja hier hin und wieder schon mal gesagt. Aber der Moment, wo man dann weiß, okay, das ist ein geiler Platz und hier bleiben wir stehen und den finden wir gut. Das ist einfach ein schöner Moment. Und wenn dieser Platz dann eben noch nicht in der Park4Night-App drin ist, dann ist die Chance auch groß, dass da nicht einfach noch mitten in der Nacht irgendwer kommt. Denn das erlebt man halt ja auch immer mal wieder, wenn die App sozusagen als Notnagel genutzt wird und irgendwann mitten in der Nacht dann doch noch Autos auftauchen, die sich dazu stellen. Ja klar, also da hat man ja natürlich auch Verständnis für. Aber wenn ihr so einen noch nicht gelisteten Platz findet, dann ist das eben einfach auch eine schöne Sache. Genau, so, dann machen wir weiter mit dem etwas idyllischeren Platz. Wir sind hier. Das ist etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich von Bergen. Zoomen da noch so ein bisschen ran. Ja, ihr seht, der Platz liegt direkt an einer Straße. An einer unglaublich viel befahrenen Straße. Also die Gefahr dort von einem Auto überfahren zu werden, ist im Grunde nur alle anderthalb Stunden da gegeben. Also etwas weiter, also zweieinhalb Kilometer weiter, die Straße entlang, ist nochmal ein Pferhafen. Und die Fähre fährt so roundabout alle anderthalb Stunden. Und man merkt das so richtig, kurz bevor die Fähre fährt, also dann fahren langsame Autos. Und wenn die Zeit näher rückt, fahren die Autos immer schneller, weil sie halt die Fähre noch bekommen wollen. Und dann kommt irgendwann der große Schwung aus Richtung Fähre und dann ist wieder Ruhe. Letzte Fähre fährt um 5 vor 10, glaube ich. Und danach, also da ist wirklich nicht viel los auf dieser Straße. Und dieser Platz ist echt schön, also rundherum diese Hügel und diese kleinen Inseln. Und an diesem Platz, wenn ihr da so auf diesen, ich sag jetzt einfach mal See, auf das Wasser schaut, dann, da waren ganz viele Vögel. Also diese, ich weiß nicht was für Vögel das sind, wahrscheinlich irgendwelche Möwenarten, die so ins Wasser eintauchen. Und dann, wenn alles gut gegangen ist, mit einem Fisch im Maul wieder hochkommen. Ich würde sagen, in einem von 15 Fällen hat das vielleicht geklappt, aber es war sehr schön zu beobachten. Da waren, also weiß ich nicht, ein Dutzend von diesen Vögeln. Und dann ging es immer platsch, platsch, platsch. Und ja, einfach gemütlich anderen beim Arbeiten zuzugucken. Und auf diesem Parkplatz stand so ein großer Felsen, ich sag mal so in etwa so Tischgröße und auch in etwa diese Höhe oben relativ plan. Das heißt, ihr könnt da gut den Kocher draufstellen und so euer Essen zubereiten, wenn es nicht so windig ist. Wir haben an dem Abend tatsächlich gegrillt und da war das eigentlich auch ganz gut, dass es diesen Stein gab, denn es war etwas windig. Und wir konnten dann im Windschatten sozusagen den Grill aufstellen und es war echt schön. Und wenn ihr dann so über die Straße geht, auf der anderen Seite so ein bisschen den Hügel hoch und dann so im Kreis blickt, wie es hier die Drohne mal zeigt. Es ist schon ein schöner Ort. Also, ja, wenn ihr da noch so ein bisschen weiter fahrt, da sind auch noch weitere Möglichkeiten. Ich habe, also zumindest habe ich das jetzt so ein bisschen auf den Satellitenbildern gesehen. Also, das ist da relativ dünn besiedelt und da gibt es immer mal so an der Straße so Haltebuchten. Also, vielleicht ist das ja was für euch. Das war es mit den Stellplätzen aus Norwegen. Es kommt jetzt noch ein Video mit einem Stellplatztipp für Dänemark, nämlich falls ihr von Hürzhalz mit der Fähre losfahrt oder auch von Dänemark mit der Fähre kommt, was ja auch sein könnte und ihr dann danach nicht gleich weiterfahren wollt, dann hätte ich in Fährnähe, also in der Nähe von Hürzhalz, noch einen schönen Platz. Und auch einen Tipp, was ihr euch da anschauen könnt. Wahrscheinlich kennt ihr das eh alle. Aber das gibt es dann nächste Woche. Plan schöne Urlaube, fahrt mal nach Norwegen, da ist es toll. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, tolles Wochenende und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Musik 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 Musik